Hallo, Sigi Popp hier mit einer neuen Runde. Ich bin mal wieder geocachen und heute habe ich Begleitung. Luna, guck mal hier, ja fein, ja, von der guten Luna. Die Runde ist von einem guten Freund und Cache-Kollegen. Die Runde hat fünf Teile und einen Bonus. Ich mache jetzt nur die Teile 1 bis 4 und morgen machen wir dann in der größeren Gruppe dann noch Teil 5 und den Bonus. Den ersten Teil haben die anderen der Gruppe, die Karfalke und die Kitz, schon gemacht. Und jetzt gehe ich mal los, mache den ersten Teil und wie gesagt, morgen machen wir dann den zweiten Teil. Und jetzt seid ihr einfach mal dabei. Also wenn ihr Lust habt, kommt dann mit. Also bis gleich. Ja, mein GPS streicht ich gerade so ein bisschen. Aber da ich weiß, dass es ungefähr hier in der Gegend sein muss, so die grobe Nähe muss, das stimmt, suche ich jetzt einfach mal die Stellen ab. Und ich habe hier schon diesen geilen Baum gefunden, der sich hier wirklich anbieten würde. Aber, so wie es ausschaut, ist hier leer. Auch ein Baum ist auch nichts. Ah, da ist er doch. Ja, das sieht ja mal sehr schick aus. Haben wir den ersten gefunden. Und Drache bewacht die Dose. Und mal gucken wir mal. Ja, den Hinweis für den Bonus bekomme ich, indem ich ein Puzzle zusammensetze. Und zwar sind es hier so vier Holzteile, die bemalt sind. Und die müssen da irgendwie zusammenpassen. Ja, haben wir es doch schon. D ist gleich vier. Gut. Haben wir den ersten Hinweis schon. Können wir aufräumen und weitergehen. Ja, die Aussicht, die ist ganz schick hier oben. Allerdings ist das Haus wieder ganz schön warm. Und ich musste hier so ein Stückchen den Berg hochklappern. Ich laufe die Runde jetzt rückwärts, weil ich sonst irgendwie in die falsche Richtung laufe. Man macht jetzt Teil vier. Dann drei, dann zwei. Als nächstes. Und ich sage, Teil fünf machen wir dann morgen. Ja. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Ja, mein GPS lässt mich heute einfach wieder echt im Stich. Aber ich habe ihn schon gefunden. Hier ist er. Wieder ein Drache. Können wir meinen, das Thema handelt. Ein Drachen. Wieder eine schöne Dose. Also eine schöne Kiste. Gucken wir nochmal, was drin ist. Ich habe jetzt übrigens doch den Zweier als nächstes gemacht. Hat sich jetzt einfach angeboten. Aber wieder eine schöne Kiste. Eine große Dose. Und Luna macht auch Pause. Ganz wie anstrengend. So, ein Stempel ist reingemacht. Und super mal. Der Bonus ist wieder vermutlicherweise wieder so ein Puzzle. Schauen wir doch mal, was rauskommt. Die eine Hand ist ein bisschen schwierig. Ich lege es mal schön zusammen. Dann kann ich zwei Hände nutzen. Und dann zeige ich es euch gleich nochmal. Mein lieber Mann, das hat mich jetzt hier ganz schön Nerven gekostet. Klar, es ist ein Ei, logisch. Auf die Form muss man erst mal kommen. Hat mich ganz schön was gekostet. Das geht in Richtung Casher-Kollege. Das zeige ich dir heim. Gut, ich habe es gelöst. E ist gleich eins. Gut. Dann packen wir das Ding wieder weg und gehen weiter. Mann, Mann, Mann. Das hat mich jetzt ganz schön Zeit gekostet. Na gut, fünf Minuten oder so. Aber es stand gerade sowas von auf dem Schlauch, wie die Form zusammengehört. Aber dann habe ich noch ein bisschen überlegt, was das sein könnte für eine Form. Und dann ging es dann doch relativ schnell. Aber schön gemacht. Hut ab, lieber Kollege. Ich sage jetzt halt nicht deinen Namen, weil wir wollen ja nicht zu viel spoilern, wo ich bin. Und dann blablabla. Deswegen, ja. Bis sofort an, erst mal mein Casher-Kollege. Gut, jetzt sind es nur noch 125 bis zum nächsten Ziel. Luna ist schon wieder ein Stückchen voraus, aber das passt schon. Ja, geht quasi jetzt schon wieder in Richtung zurück. Jetzt kommt ja nur noch zwei und drei. Nee, Quatsch, drei und vier. Und wie gesagt, fünf machen wir ja dann morgen erst mit den anderen zusammen. Gut, also bis gleich. Also Koordinaten springen wieder, wie immer, im Wald. Nona hier. Da ist der nächste. Furchterregende Drache. Wie zu vermuten, werde ich da wahrscheinlich auch wieder puzzeln müssen. Was ist sonst? B ist neun. Also Nummer vier ist gefunden. Ich musste mich mal wieder komplett auf mein Gespür verlassen. Die letzten, weiß ich nicht, 30 Meter Radius. Keine Chance mit dem GPS die Koordinaten springen, beziehungsweise stehen dann einfach. Aber gut, ich habe ihn gefunden. Da ich weiß, was mich erwartet, ist es nicht immer so schwer. Ich muss an einem Baum suchen, weil die Dosen hängen alle an einem Baum. Es war klar, dass die auch so aussehen wird. Gut. Jetzt zähle ich es dann 1 zu 5. Das hat mich jetzt auch wieder ein Stück hingekostet, aber ich habe es gelöst. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein und dann geht es morgen weiter. Also, bis dann. Ciao. Ich habe gerade festgestellt, dass auf dem Weg zurück jetzt noch ein Cache in 120 Meter Entfernung liegt. Da gehört nichts zu der Runde. Aber den nenne ich jetzt noch mit. Bleibt einfach mal dabei, was wir gefunden haben. So, bleibt schön hier, Lohin. Lohin hat ihn schon gefunden. Der Tipp ist der Klassiker. Könnte es vielleicht hier der Pilz sein? Nee, der ist nicht. Aber dann wahrscheinlich hier irgendwo im Efeu. Ja, hier sieht es doch ganz gut aus. Ja, da ist er. Sehr schön versteckt. Ja, herzlich willkommen zurück. Wie versprochen, der zweite Teil der Runde. Heute mit Verstärkung. Banki, Sophia, H. Falke, Emi Pop und ich als Sikipop. Luna ist auch dabei. Und wir gehen jetzt gleich zum Teil 5, damit wir dann auch den Bonus lösen können. Also, wenn ihr Lust habt, kommt wieder mit. Und wir gehen jetzt schon direkt in der nächsten Umgebung. Und wir denken mal, dass es hier in dieser kleinen Baumgruppe ist. Und wahrscheinlich sieht man irgendwo auch schon Trampelpfade. Zäckig, ne? Und die Kids gehen schon mal vor. Sophia und Emi Pop. Macht schon langsam, Mädels. Ihr müsst hier trennen, bevor ihr euch den Fuß verknackt. Also, ich hätte gedacht, dass es hier ist, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, nee, das sind bei mir. Ja. Nee, ich gucke dich nicht an. Ich erwarte keine Tipps. Da gab es gerade vorhin, aber der hatte Hinweise. Nee, der hat keine Hinweise ausgetauscht. Nee, weil die ja eh so groß sind. Naja, ich denke auch. Und, hast du was, hast du was, Emi? Ja, ich habe ihn. Hast du ihn? Okay. So. Ja. Leg mal am besten schon das Holzteil auf den Boden. Da können wir da das Brüssel gleich drauf machen. Ja. Hier macht man hier, da ist das Brüssel. Lass mal die Mara auch. Mara, komm mal gehen wir hier rum. Genau. Genau. So, der Ben versucht sich schon. Ja, bitte kannst du schon mal das Ding rausholen. Dann können wir da schon mal stempeln. Ja, stempelt. Du darfst mein Ding rausholen. Na klar doch. Hast du ein Stift dabei? Stift habe ich auch einen dabei, ja. Könnte ich dann mal nicht. Aber natürlich. Jetzt gucken wir mal, dass der Ben hier das gepuzzelt kriegt. Ja. Du musst gucken, Ben, das sind zwei Seiten und die sind unterschiedlich bemalt, ne? Guck mal, das ist die richtige Seite schon. Ah, gleich 8. Das ist die 8, genau. Ah, gleich 8 bestimmt. Das ist meiner. Hey, was ist es? Ja, so ging es mir gestern auch. Emi, wenn du pauschen kannst, kannst du die. Das sind Ben mal Puzzeln und ich schalte dann wieder rein, wo wir es gelöst haben. 8 ist gleich A. Banki hat es gelöst. Das heißt, wir haben jetzt alle Koordinaten zusammen, also alle Buchstaben zusammen, um die Koordinaten für den Bonus zu errechnen, was sehr gut ist. Hi. Ich muss echt nicht. Ja. Kannst du den Haken noch tun? Genau. Ja, wir müssen da jetzt erst dann wieder rein. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Sieht aber wirklich aus, wie wenn das irgendwer irgendwas gerissen hätte. Also wir haben hier gerade, oder die Kids haben gerade mit dem Hund zusammen hier das kleine hohe Reh gefunden. Na ja, das ist, guck mal, da ist auch am Ohr und so, ne? Wahrscheinlich ist es irgendwie, weiß ich auch nicht, ein Riss, also es sieht so aus, dass es hier ein Tier ist, sich daran vergnügt. Ja, also Koordinaten haben wir berechnet, das sind jetzt noch 180 Meter grob hier geradeaus und da laufen wir jetzt einfach mal hin. Und ja, bis gleich dann. Seht ihr das da schon, da oben? Seht ihr was? Guckt euch mal oben, ob euch irgendwas auffällt. Da, da, da. Okay. Hier ist eine grüne Leine gespannt. Ja, eine Leine. Weißt du, ob man die auf der Kamera zieht? Guck auf die GPS. Hier wird man wahrscheinlich nicht sehen. Guck mal Richtung Leine hier lang. Die Leine wird man nicht sehen, aber die ist... Guck mal die bei mir. Kriegt man nicht drauf. Ja, guck auf dein GPS. Oder auf das GPS. Aber... Und dann Mr. Flood. Ich hab'n. So, hier kann ich's euch mal zeigen. Hier ist die Schnur. Aber die kann ich's nicht aufmachen. Die verläuft quasi ganz nach da hinten. Außerdem braucht man da mehrere Hilfe. So, jetzt lass ich mal kurz filmen, Mädels. Oh, wo ist denn der? Da braucht ihr eh, also... Ja. Also hier eine Konstruktion. Geht hier unten los. Da sind die Strachen. Guck mich. Die sind geil. Ja, hier sitzt der Drache und beschützt den Cache. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Ding hier gelöst kriegen. Sehen. Genau. Jawoll. Genau. Da hängt der Cache hier an der Schnur. Weiter ablassen noch. Du musst noch ein bisschen weiter ablassen, ja. Weiter, weiter, weiter. Ah, jetzt verstehe ich. Also hier haben wir jetzt eine Dose und ich gehe mal davon aus, dass da ein Schlüssel drinne ist, weil nämlich hier... Komm einfach mal her. Die eigentliche Kiste mit einem geilen schwarzen Drache und seinem Schwert... Geil! ... die Kiste bewacht. Echt? Das ist auch wegläubig, gell? Da kommt er. Da kommt er. So, jetzt gehen wir aus dem Bild, Emily. Ah, guck mal her, das Ei. Oh, da war ein Falter drin. Oh, ja, da war ein Falter drin. Ah, guck mal. Ein Ei. Ein Schlüssel kannst du eigentlich kurz loslassen, wenn wir brauchen dann erst wieder... Füll mal in die Kiste rein. Jawoll. Ist das mit dem Ei dran? Das ist nur Deko. So, das ist das Ei, was bewacht wird von den Drachen und das, was wir jetzt zu suchen hatten. Das Ei des Drachen. Oh, da sind die Kristalle drin. So, hier nochmal die Dose im Ganzen. Ja. Wirklich sehr schön. Jetzt müsst ihr es ziehen, genau. Und hier sieht man nochmal den Mechanismus. Wenn die Mädels jetzt an der Schnur ziehen... Höher! ...wandert das Ganze hier nach oben, damit man da nicht rankommt, ohne den Mechanismus auszulösen. Wirklich sehr schön gemacht. Gut, mit viel Kletterei kommt man hier wahrscheinlich auch so ran. Ja. Aber das macht ja nix. Sehr gut. Jetzt könnt ihr einhaken, ja. Hier nochmal eine Aufnahme vom ersten Wächter des Eis. Und der verbirgt eben die Kette, die den Mechanismus zum Schlüssel ablassen bedingt. Ja, jetzt sind wir durch. Jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, mit der Runde. Am Ende wurde es vielleicht ein bisschen chaotisch. Aber so ist es halt nochmal. Wenn man zum Meeren unterwegs ist. Wenn ihr Lust habt, klickt da Abonnieren. Dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Halle die Ohren steif. Siggi Popp hier. Bis bald. Ciao. Und zum nächsten Mal. Abwechslung